Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ha, ha, ha. Im Juni jährt sich sein viel zu früher Todestag zum hundertsten Male und um wen geht es hier natürlich? Um Franz Kafka beziehungsweise einen Film namens Die Herrlichkeit des Lebens, der uns ab dem 14. März bereits in den deutschen Kinos erwartet. Wir haben ihn aber noch eher gesehen und wer sind wir? Zum einen meine liebreizende Kollegin, die Schlogger. Hallo. Und zum anderen ich, der das hier moderiert, der Dom. Wir konnten den Film bereits vorab sehen. Es ist eine Romanverfilmung nach Michael Kumpfmüller, die mit Franz Kafka zusammenhängt. Und inwiefern sie das tut oder auch nicht tut, das erklärt euch die Schlogger. Genau, wir haben den Film, ich habe ihn schon Anfang des Jahres gesehen, du hast ihn ja vor zwei Wochen gesehen. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, uns bestmöglich an diesen Film zu erinnern. Denn in diesem Film verfolgen wir ein Jahr von Kafka. Es ist 1923 und wir sind an der Ostseeküste und wir sind dabei, wie Franz Kafka und Dora Diamant sich kennenlernen. Sie kommen aus verschiedenen Welten. Wir haben hier den zurückgezogenen Literaten. Er ist schüchtern, er ist schmächtig und die sehr weltoffene, optimistische Dora Diamant. Die verlieben sich auch ineinander und dann kommt aber die Krankheit von Kafka dazwischen. Also er ist auch wegen seiner Krankheit sowieso an der Ostseeküste, um da sich so auszukurieren. Es wird aber leider immer schlechter. Und wir haben dann quasi in diesem Film das Jahr, das diese beiden zusammen teilen durften bis zu Franz Kafkas Tod. Genau, herzlichen Dank. Ja, du hast den ja wissentlich in der Pressevorführung gesehen. Genau. Bei dir weiß ich aber zugleich auch, dass du dir nicht irgendwie vorab großartig Trailer ansiehst. Und bei mir war es sogar noch blinder, weil ich war eigentlich in einer anderen Pressevorführung und dann lief der hier im Anschluss. Und ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, dachte mir auch so vom Titel Die Herrlichkeit des Lebens eher so, ja, ist das irgendeine französische Rom-Com oder sowas in die Richtung wie, wie war es bei dir? Ja, bei mir war es so ähnlich. Also ich gucke mir ganz kurz gerne vorher an, was es für ein Genre ist, bevor ich mich für eine PV anmelde, weil ich eben keinen Horror mag und das vermeiden möchte. Und wenn ich es gar nicht einschätzen kann, gucke ich auch mal ganz kurz in den Trailer rein, um so ein bisschen zu begreifen, ob das jetzt nicht so ein krasser Arthouse-Film ist, weil das ist auch nicht so ganz meins. Und bei Herrlichkeit des Lebens habe ich nur das Poster gesehen und gedacht, ja, komm, den schaue ich mir an und habe erst kurz vorher dann gelesen, dass es um Kafka geht. Und wie du schon sagst, Kafka und die Herrlichkeit des Lebens, die sind irgendwie, hat man mit Kafka irgendwie so was Deprimierendes immer, verbindet man damit. Und nicht unbedingt so einen Titel wie Die Herrlichkeit des Lebens. Das fand ich dann total spannend. Sonst hätte ich auch gar nicht gewusst, um was es da geht. Also der Roman heißt natürlich so, ich muss allerdings sagen, jetzt im Kino, ich weiß nicht, ob man sich so einen Gefallen tut, diesen Film unter diesem Titel filmieren zu lassen. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich habe auch wirklich, also Hand aufs Herz, ich wusste wirklich gar nichts über den Film. Und ich habe erst wirklich nach 20 Minuten, einer halben Stunde, habe ich erst gepeilt, weil ich hatte halt mitgekriegt, oh, er heißt Franz und er ist Autor. Und dann gibt es halt eine Szene, wo an seiner Berliner Wohnung irgendwie geklingelt wird. Und da steht plötzlich auf dem Klingelschild Kafka. Und da habe ich jetzt erst gepackt. Ja, das fand ich, genau. Das fand ich nämlich auch, wenn ich das nicht gewusst hätte, das ist mir auch aufgefallen, der Film erklärt einem das nicht. Also er sagt nicht, das ist Franz Kafka, sondern du wirst da einfach reingeschmissen. Und wenn ich das nicht gelesen hätte vorher, hätte ich das auch nicht gewusst. Und ich muss auch noch darüber hinaus sagen, ich wusste auch wirklich fast gar nichts über Kafkas Geschichte. Also ich wusste nicht, dass der diese Krankheit hatte. Ich wusste nicht, auch Schande auf mein Haupt, dass der eben so jung gestorben ist. Ich wusste einfach gar nichts. Also vielleicht andere Leute gucken sich das an und erkennen ihn auch sofort anhand von den ganzen Begleiterscheinungen. Aber es ging mir auch gar nicht so, was ich aber, und auch den Namen Dora Diamant, den habe ich noch nie gehört. Ich fand es total schön deswegen, diesen Film zu sehen, der mir das alles erklärt hat. Und auch, da kann man jetzt schon ein bisschen vorgreifen, die Beziehung, die die zwei haben, die wirkte so wie der Titel des Films für mich so überraschend positiv und irgendwie schön. Es hat mir total gut gefallen, dass mein Bild, das ich von Kafka hatte, da so aufgerüttelt wurde. Und ich fand den richtig sympathisch in dem Film. Ich hatte mir Stimmen von Kollegen durchgelesen und die meinten, den könnte man teilweise auch als Mischung aus Rom-Com und Liebesfilm bezeichnen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Es ist aber absolut nicht das, was man wirklich erwarten würde, wenn es um Franz Kafka geht. Da kann man ja vielleicht mal kurz zu sagen, du meintest ja schon, die war jetzt nicht so viel geläufig. Da muss ich dich jetzt auch echt in Schutz nehmen, weil ein Kollege saß mit in der Pressevorführung in Düsseldorf und der meinte danach wirklich, ich bin gelernter Germanist und hier waren Sachen drin, die ich auch noch nicht wusste. Oh, okay, das freut mich natürlich. Aber die meisten kennen Kafka ja in erster Linie irgendwie aus der Schullaufbahn. Also ich habe mal Auszüge aus der Prozess im Unterricht gehabt oder auch die Verwandlung. Die Verwandlung hatte ich auch letztens mitbekommen. Da gibt es sogar ein Videospiel, was darauf basiert. Ja, und da ist ja wahrscheinlich auch durchaus sowas wie die Fliege dran angestoßen. Aber hattest du Kafka in der Schule? Ja, also wir haben auch natürlich die Verwandlung gehabt. Und ich habe tatsächlich, ich musste, wir mussten in der Schule ja so Unterrichtsstunden halten, als, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das war so in der Oberstufe, das war wie eine Klausur, wurde das benotet. Und ich habe da im Deutschunterricht einmal das Gips auf von ihm, diese Erzählung, die ganz kurze, habe ich da analysiert, die er auch in dem Film tatsächlich kurz zitiert. Also die ist wirklich nicht lang. Und da habe ich mich dann auch, ich habe an die nie mehr gedacht seit der Schule und fand es dann auch spannend, in dem Film diese Geschichte, diese Erzählung dann da nochmal zu hören. Und habe mich so an alles erinnert, was ich damals noch im Kopf hatte. Und das war dann interessant, weil da hatte ich wieder den Kafka aus der Schule im Kopf, weil dieser Film ja für mich, der Film Kafka für mich ein ganz anderer ist, als ich ein Bild von hatte. Und das hat mich, wie gesagt, ich fand das echt, echt richtig schön. Weil vielleicht ist das Bild, was wir von ihm haben, von seinen Erzählungen, ist halt sehr schwarz-weiß. Und die Personen im Film, die sind ja sehr liebevoll miteinander, sehr humoristisch. Also er ist trotzdem noch ein Pessimist, das merkt man. Aber trotzdem, die beiden haben Witz, die haben Charme, die genießen es sich zu haben. Und einfach dieser Witz, der war für mich sehr sympathisch, den er da mitgebracht hat. Ich fand es schön, mal nicht so schwarz-weiß das zu sehen. Oder wie ging es dir? Also ich mochte tatsächlich wirklich mit am meisten die Darsteller. Die kannte ich persönlich jetzt auch nicht. Zum einen Henriette Conforius als Dora Diamant. Und zum anderen Sabine Tambrea. Den habe ich ab und zu mal gesehen. Der ist unter anderem in Babylon Berlin und so auch schon gewesen. Ich habe auch so mitgekriegt, dass der für viele Frauen tatsächlich als sehr attraktiv gilt. Ich fand ihn auch schauspielerisch sehr gut. Der bringt zum einen dieses Extrovertierte rüber, aber auch so dieses Rastlose irgendwo. Er sagt ja auch an einer Stelle, und das spiegelt sich ja auch in seinem Werk wieder, dass er jemand eigentlich ist, der nie was zu Ende bringt. Und eigentlich auch immer sehr viel von dem, was er geschrieben hat, verworfen hat. Was für mich einfach nur ein bisschen merkwürdig war. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ich kannte den zwar woanders her, aber auf mich wirkte der hier wirklich pausenlos wie eine junge Ausgabe von Ralph Fiennes. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist im Aussehen ein bisschen was. Du meinst das Aussehen, oder nicht die, wie er spielt? Durchaus auch. Also ich hatte da auch so leichte Assoziationen zum Ende hinaus zu sowas wie der englische Patient. Und den hat ja Ralph Fiennes auch verkörpert. Aber ja, in erster Linie natürlich vom Aussehen. Also sehr, sehr markant einfach. Das ist jetzt aber nicht ein negativer Punkt. Also ich fand beide zusammen wirklich gut. Und man versteht auch sehr, warum die, ja, relativ flott auch zueinander finden. Und eben auch so in dieser Abgeschiedenheit. Und trotzdem hängt ja über der Beziehung doch relativ schnell ein ziemliches Damoklesschwert. Ja, also wie du sagst, ich konnte den beiden Schauspielern oder den Figuren, ich habe den auch total abgenommen. Warum die sich finden, warum die füreinander gut sind, was die aneinander haben, obwohl sie so ein bisschen gegensätzlich sind. Und dieses Damoklesschwert, was du meinst, ja, wir haben halt diese Krankheit, die es ihm irgendwie schwer macht, überhaupt alleine zu leben. Und er zieht ja dann nach Deutschland, wo sie auch wohnt, hat aber die Familie in Prag. Und das fand ich auch, also ich wusste aus der Schule auch noch, dass er natürlich die Beziehung zu seinem Vater, dass die nicht die leichteste ist. Ja, gelinde gesagt. Genau, gelinde gesagt. Das hat er ja auch oft dann verschrieben in seinen Werken. Ja. Und das kriegt man ja im Film auch ein bisschen mit, wie seine Familie ihn so bedrückt und wie er gleichzeitig frei sein will, es aber nicht kann, weil er eben diese Krankheit hat, die ihn so ungewollt schwach, okay, wer will schon schwach sein, zurücklässt. Und das ist schon sehr bedrückend, weil man irgendwie mit ihnen fühlt, dass sie ganz viel wollen, es aber einfach irgendwie nicht geht durch die äußeren Umstände. Und er geht ja dann auch zurück nach Prag, weil er es muss und da auch Funfact, ich war letztes Jahr auch in Prag und wir wollten dann auch ins Kafka-Museum, haben es aber verplant, dass das viel früher geschlossen hat, als wir dachten. Und das ist sehr tragisch, das hätte ich wirklich gerne gesehen. Und mir war auch gar nicht so klar, dass diese Prag, Deutschland, das Verhältnis, wie das in Kafkas Leben war, also das war jetzt ein sehr unnötiger Funfact, aber falls ihr mal in Prag seid, es gibt da ein Kafka-Museum und es gibt eine Kafka-Statue, das ist die aus ganz vielen Scheiben besteht, die dann so rotiert. Die haben wir immerhin gesehen, also es ist so ein Kafka-esker Kopf, der sich dreht, direkt vor einem Einkaufszentrum, sehr schön. Auch noch, auch noch. Kafka-esk, genau. Das Adjektiv vielleicht hin, Kafka-esk, das ist ja selbst in Breaking Bad gelandet. Ach wirklich, okay, ja. Ja, genau, aber der Film selbst ist auf keinen Fall Kafka. Nein, überhaupt nicht. Genau, eine geradlinige, irgendwie schöne, warme Geschichte über Kafka und Dora Diamant und diese Adjektive eben schön und warm hätte ich niemals mit Kafka in Verbindung gebracht und finde es aber schön, dass der Film das macht, also es hat mich irgendwie berührt. Was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, wenn man sich das ansieht, der Film ist ja glaube ich von einem Regie-Ehepaar, Judith Kaufmann und Georg Maas. Da habe ich auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass man eigentlich versucht hat, den Film aus beiden Perspektiven zu erzählen, also sowohl aus ihrer als auch aus seiner. Ja, ich muss sagen, mit zunehmender Lauflänge hatte ich so ein bisschen das Problem, dass ihre Sicht der Dinge oder ja, ihr Leben und ihr Alltag, den sie auch aufgibt für ihn, um eben bei ihm zu sein und ihn zu begleiten in seinen letzten Lebensmonaten, dass das so ein bisschen ins Hintertreffen geriet. Das fand ich etwas schade. Ja, verstehe. Stimmt, am Anfang ist auch mehr aus ihrer Sicht, weil sie ja da so eine Klasse betreut und begleitet, aber ich hatte trotzdem den Eindruck, dass es schon mehr aus seiner Sicht erzählt wird, dass der Fokus schon sowieso mehr auf ihm lag. Das schon, ja, wobei es jetzt natürlich nicht das klassische Biopic dahingehend ist. Nee, gar nicht. Es geht ja gar nicht um sein Werk. Nee, gar nicht. Also primär, es geht wirklich um die Beziehung. Und was du auch meintest, dass er sagst, er ist jemand, der nie was zu Ende bringt. Für die drei Leute da draußen, die das nicht wissen, Kafka wollte ja niemals, dass seine Werke veröffentlicht werden. Also er hat ja darauf bestanden, dass alles vernichtet wird mit seinem Tod. Und da hat ja zum Glück sein Freund, wie heißt er denn, Herr Broth? Max Broth. Sein Schriftstellerfreund, Max Broth, genau, hat das einfach ignoriert. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich das finde. Wenn man den Wunsch eines Toten ignoriert. Aber wenn jemand wirklich so ein schlechtes Selbstbild hat, dann hilft es vielleicht manchmal, wenn man ein bisschen Druck von außen mit drauf bringt. Jetzt ist es egal, weil er war eh tot. Aber er selbst eben, er hätte das nicht gewollt, weil er nicht hinter seinem Werk stand. Oder warum auch immer. Ich kann es ja jetzt nicht rein interpretieren von außen. Das muss man sich aber auch einfach mal wirklich vor Augen führen. Angenommen, Max Broth hätte sich nicht darüber hinweggesetzt. Da kann man sicherlich drüber diskutieren. Ich meine, das war dessen letzter Wille. Aber allein die Vorstellung, dass halt heute keine Sau Kafka kennen würde und wir jetzt dann wahrscheinlich auch nicht hier sitzen würden. Oder es im Mai, Juni auf der ARD ja irgendwie eine riesige Themenwoche geben wird. 100 Jahre Todestag, Kafka. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also am Ende wird es auch wirklich nochmal eingeblendet. Und was ich schon am Anfang hier sagte, der gilt wirklich heute als der größte deutschsprachige Schriftsteller weltweit. Und die Einflüsse von seinen Werken, die kannst du ja wirklich heute auch, hatte ich ja schon gesagt, es gibt selbst ein Videospiel, was von die Verwandlung inspiriert ist. Ich muss dazu sagen, der Film, der teilt sich so ein bisschen auch in zwei Teile. Zum Ende hin steht natürlich doch sehr dann die Krankheit im Fokus. Und da muss ich auch sagen, dass Sabine Tambrea da auch wirklich stark abliefert. Also nicht nur, wenn er mal irgendwie Anfälle hat von Tuberkulose hat er, glaube ich, gehabt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, Lungentuberkulose, genau. Und dass er dann zum Ende hin, ja, immer weiter abbaut. Also irgendwann ist der ja gar nicht mehr fähig zu sprechen, ne? Ja, ganz schrecklich. Und das bringt der ganz großartig rüber. Was ich nur halt ein bisschen schade finde, wie gesagt, von ihrer Warte her, dass mir nicht so richtig klar wird. Und, also weil irgendwann wechselt sie ja so ein bisschen ihre Rolle. Sie ist ja über weite Strecken, ja gut, natürlich den ganzen Film über die Geliebte. Aber zum Ende hin, wenn man es streng betrachtet, ist sie eigentlich, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Sie wird eigentlich ein bisschen fast zur Pflegekraft degradiert. Und da hätte ich mir halt gewünscht, dass da noch mehr, hatte ich ja gerade schon gemeint, dass da wirklich durchkommt, was sie alles dafür aufgeben musste. Ich meine, die ist ja eigentlich eine aufstrebende Schauspielerin, die ist in diesem, Gott, was war das, ein Sanatorium. Das hatte auch teilweise schon was von Thomas Manns, der Zauberberg, so ein bisschen, ne? Da in Prag dann das Sanatorium, wo Kafka am Ende ist, ja. Da ist sie ja auch viel mit Kindern zugange und so weiter. Und da hätte ich halt noch mehr, also das hätte für mich mehr Impact haben müssen, was sie da so wirklich aufgegeben hat. Und bei ihm auch so ein bisschen, ja, sein Werk kommt natürlich so am Rande vor. Also auch so gewisse Impulse, die ihn dann dazu bringen, das und das zu schreiben. Stichwort wieder die Verwandlung. Es ist die Frage, hättest du es gut gefunden, wenn man es nach hinten heraus fiktionalisiert hätte, was so dieses sehr schwierige Verhältnis zu seinem Vater angeht, der ja wirklich so, ja nur im Off eigentlich vorkommt, ne? Ja, also ich nehme mal an, dass es über Kafka und seine Beziehung zu seinen Eltern und zu seinen Literaturwerken, dass es da wirklich schon sehr viel gibt. Und dass dieser Film eben dann gesagt hat, darüber wollen wir aktiv nichts zeigen, sondern wir entscheiden uns hier über eben diese Beziehung und eben auch diesen positiveren Aspekt von Kafka. Deswegen stört mich das nicht so. Und auch hier, ich habe hier noch ein Zitat von Dora, die halt meinte, dass er dieses Bild, was man von Kafka hat, so neurotisch, sexuell anormal oder so. Sie meinte halt, er sei heiter, hätte eine Spielfreude und eine Lebenslust gehabt, sei sinnesfreudig wie ein Tier oder wie ein Kind. Und ich kann mir vorstellen, dass der Film eben sagte, darauf möchten wir den Fokus legen. Deswegen stört mich das wirklich gar nicht, dass der Rest so ein bisschen runterfällt, weil es ist ja nicht der erste Film über Kafka. Es ist eben ein anderer Fokus gesetzt hier. Ja, also wie du es jetzt beschrieben hast, die Darstellung von Sabine Tambrea, die ist wirklich so zwischen diesen beiden Polen. Also man merkt ja auch, wie er als Persönlichkeit dann irgendwie auch aus sich herauskommt durch Dora Diamant. Und zum anderen, ja, ist halt immer so dieses, also schon allein, als sie sich so wirklich so relativ schnell näher kommen, da sagt er dann zu ihr, ja, ich bin krank und es gibt zwar Tage, da beeinträchtigt es mich nicht, aber dann wiederum gibt es welche, da haut es dann richtig rein. Was so generell so die Inszenierung angeht, ja, zwischendurch habe ich mir doch so mal gedacht, also manche Aufnahmen so an der Ostsee, das ist schon ganz schön, vor allem am Anfang. Zwischendurch hatte ich aber manchmal doch das Gefühl, das hätte auch ein TV-Film sein können. Also der spielt doch relativ viel in Innenräumen, was natürlich auch so ein bisschen durch den Handlungsverlauf bedingt ist. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der nicht wie Kino aussieht, aber manchmal habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, ist das jetzt eigentlich eher so ein, also der hätte wahrscheinlich auch gut in diese Themenwoche der ARD gepasst, die noch kommt. Ja, das stimmt, also ich habe den sowieso in einem kleinen Kino gesehen, wo es sowieso eher in die Richtung Filme gibt. Du hast schon recht, wenn man drüber nachdenkt, also den Film muss man nicht im Kino sehen. Ich fand den sehr schön, ich mochte die Ostseeaufnahmen, wir haben Berliner Wohnungsaufnahmen, wir haben eben das Prag Sanatorium, ein bisschen Weinberge, aber das muss man nicht im Kino sehen, obwohl ich den Film wirklich auch schön fand. Ich meine, mich hat es auch einfach berührt, diese Geschichte zwischen den beiden, das kann ich nur immer wieder sagen. Aber klar, es ist eine solide Inszenierung, aber man ist es kein, muss man im Kino sehen, den kann man sich auch zu Hause in der ARD-Themenwoche auf dem Fernseher angucken. Ja, da wird er vielleicht sogar relativ schnell landen, obwohl, ja, nee, nee, also da wird er jetzt, er kommt ja schon ins Kino. Aber ich kann auch noch mal sagen, also mich hat es zum Ende hin, als es dann halt wirklich mit ihm wortwörtlich zu Ende geht, das hat mich auch schon wirklich mitgenommen. Ich fand auch viele Szenen zwischen denen, wo auch gar nicht viel gesprochen werden muss teilweise, wo man merkt, da haben sich wirklich zwei, also da ist eine gewisse Seelenverwandtschaft schon spürbar, auch wenn er, ja, irgendwo durchaus auch einen gewissen pessimistischen Blick auf die Gegebenheiten hat, was man natürlich irgendwo auch verstehen kann aufgrund seiner, seines Hintergrundes und generell so seiner, ja, grundsätzlichen Mentalität, Weltanschauung vielleicht sogar. Aber man merkt eben auch, wie das durch Dora aufgefangen wird und auch wie er durchaus sich auch durch die Beziehung der beiden verändert. Auch ohne Worte, also du sagtest ja schon, dass am Ende er gar nicht mehr sprechen kann. Genau, genau. Wie die zwei dann spazieren, zum Beispiel in den Weinbergen und er kann nur mit ihr kommunizieren, indem er schreibt. Ich glaube, da musste ich auch sehr weinen, weil mich das so gerührt hat, einmal abgesehen davon, dass ich die Chemie zwischen den beiden so schön fand, auch die Briefe, die sie sich schreiben oder eben da auch die Texte, die sind natürlich so schön auch teilweise. Also ich habe hier ein Zitat aufgeschrieben. Er sagt, genau, er sagt über sie, weil sie sind ja getrennt, ein Teil des Films, weil sie eben nicht zusammenwohnen können, weil er erst nach Deutschland kommen muss. Ja. Und dann schreibt er ihr über sie, das Leben hier findet nur statt, aber es ist nicht wahr. Während das Leben mit ihr nicht stattfindet, aber doch so wahr ist, wie es nur sein kann. Und solche Zitate irgendwie, der Film hat mich einfach berührt, ja. Ja, die Szenen, die du gerade angesprochen hast, die fand ich auch mit Abstand die besten. Vor allem kommt da auch so eine gewisse, also man merkt, dass er trotz aller Widerstände, er macht trotzdem das Beste daraus und hat ja auch seine eigene Art von Humor, die auch noch so da mit reinkommt. Er hat ja, Franz Kafka ist ja sehr berühmt, berüchtigt gewesen für seinen sehr eigenen, teilweise sehr skurrilen Humor. Und das sickert schon in den Film hinein. Insgesamt, ja, kann man sich sicherlich ansehen. Ich war in der ersten halben Stunde so eher gewappnet für einiges an Kitsch. Das ist der Film aber wirklich nicht. In seiner Inszenierung ist er so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen Bieder, aber es ist jetzt nichts irgendwie Besonderes. Und das Hauptdarsteller-Pärchen, das trägt den wirklich über weite Strecken. Und die beiden für sich genommen fand ich schon sehenswert. Ja, würde ich auch so sagen. Also ich glaube, ich habe auch alles gesagt. Ich fand ihn sehr berührend. Inszenierung ist okay, muss man nicht im Kino sehen, ist aber schön. Es ist einfach eine schöne, positive Sicht auf einen Kafka, wo man nicht denkt, oh nein, dieser arme Mensch hat sein Leben lang gelitten. Und selbst wenn er viel gelitten hat, hier sieht man, dass er eben auch Positives und Schönes in seinem Leben zulassen konnte. Teilweise. Schön gesagt, ja. Ab dem 14. März könnt ihr euch selber davon ein Bild machen. Ihr dürft aber natürlich auch noch sehr gerne bei den YouTube-Kommentaren, also beim YouTube-Upload dürft ihr auch gerne hinterlassen, was so eure Sicht vielleicht auf Kafka ist oder ob ihr vielleicht auch den Roman gelesen habt. Das würde uns sehr interessieren. Wahrerweise beim YouTube-Upload oder auf tele-stammtisch.de. Und ich sage schon mal Tschüss, während die Schlogger ihre Schleichwerbungsliternei abfeuern darf. Bitteschön. Und poetisch diesmal. Oh Gott, poetisch. Eines Morgens wachte Schlogger auf und fand sich in ihrem Bett als, okay, nee. Als Schlogger. Und dafür meine, als Schlogger, Johanna Baumann wachte auf und fand sich als Schlogger verwandelt. Genau. Ich schreibe nämlich auch, aber ich bin durchaus optimistischer, obwohl ich natürlich auch meine pessimistischen Momente habe. Ich mache es ganz kurz, denn hier soll es um Kafka gehen. Guckt doch einfach mal auf Schlogger.de oder im Schlogger-Shop oder auf Social Media unter dem Handel The Schlogger. Da findet ihr alles von mir zum Beispiel über Kommunikation mit Kindern, aber auch über Streit und Star Wars. So, Star Wars und Kafka haben wir jetzt in einem Podcast zusammengebracht. Ehrlich. Muss nicht sein. Ich danke dir, Dom, dass wir diesen Film zusammen besprechen durften. Gerne. Und ihr, liebe Hörer da draußen, ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Besprechung auch wiederfinden werden. Bis dann. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir als Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.